Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Nackenmassagegerät aus dem Hause Naipo. Wenn du noch unsicher bist, ob dieses Massagegerät für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Nackenmassagegerät werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, ein verspannter Nacken, das ist ein regelrechtes Trendphänomen. Kommt häufig bei Leuten vor, die vor dem Computer arbeiten und dann in einer nicht ganz so optimalen Sitzposition viel zu lange da schuften. Gibt aber noch weitere Berufe. Im Friseursalon hört man das oft. Jedenfalls ist das ein Trendproblem, sage ich mal. Und mit so einem Nackenmassagegerät kann man da potenziell gut gegenarbeiten. Es hat hier einfach einige komfortable Funktionalitäten, die wieder so ein bisschen mehr Komfort in diese Region bringen können. Preislich würde ich es als ein faires Angebot für ein Nackenmassagegerät bezeichnen. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich das passende Massagegerät ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Nackenmassagegeräte auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welches am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Drei verschiedene Geschwindigkeiten, Niedrig-Mittel-Hoch, sprich kann man sich so ein bisschen einstellen, wie man das eben haben möchte. Acht Massageknoten, das ist auch interessant zu sehen zu dem Preis, wie ich finde. Ergonomisches U-Design. Wärme-Funktion, das könnte zum Beispiel nach einem kühlen Winterspaziergang interessant sein. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Meiner Einschätzung nach insgesamt betrachtet ein faires Angebot für ein Nackenmassagegerät. Ob es für dich die passende Wahl ist und ob dir das Ganze was bringt, kannst du allerdings alleine am besten entscheiden. Deswegen mach dir doch noch dein eigenes Bild zu diesem Nackenmassagegerät aus dem Hause Naipo. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen angenehmen schönen Tag. Alles Gute, Ciao.